Die Freigabe von Cannabis, das falsche Signal, das fragen wir Katharina Schulze von den Grünen, die sich schon lange für die Legalisierung ausgesprochen haben. Frau Schulze, warum wollen Sie etwas legalisieren, was nachweislich schädlich ist? Ich glaube, wir sehen doch durch die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass die Prohibition nichts nutzt. Menschen konsumieren Cannabis und da finden wir Grüne es sinnvoller, das auf einen rechtlichen Rahmen zu setzen mit einem Cannabiskontrollgesetz, mit einem klaren Verbraucherschutz und vor allem mit Jugendschutz. Und dann haben wir noch einen positiven Nebeneffekt, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird und die organisierte Kriminalität zurückgedrängt wird. Und das sind für mich alles Faktoren, warum ich sage, mit einem Cannabiskontrollgesetz können wir das Thema in geordnete Bahnen lenken. Viel Stoff zum Nachfragen. Wenn man Cannabis genauso selbstverständlich kaufen kann wie ein Hustenbonbon, wie groß ist das Risiko, dass junge Menschen gar nicht mehr im Kopf haben, dass es sich eigentlich um eine Droge handelt? Nach unserer Vorstellung, nach unserer grünen Vorstellung, sagt das Cannabiskontrollgesetz, dass man Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften nur kaufen kann. Und jetzt kommt das Wichtige, man muss 18 Jahre alt sein. Und da sehen wir schon mal die große Verbesserung zum jetzigen Status Quo, denn der Dealer auf der Straße fragt die Jugendlichen nicht nach dem Personalausweis und nach dem Alter in einem lizenzierten Fachgeschäft kommt man nur ab 18 Jahren rein. Da sind dann ausgebildete Verkäuferinnen und Verkäufer, die da auch geschult sind in dem Bereich und können damit natürlich konsequenten Jugendschutz besser vertreten. Wenn der 18-Jährige dann aber für seine 16-Jährige Freundin und die ganze Partytruppe einkauft, wer kontrolliert das? Da gehört natürlich immer noch weiterhin dazu, dass wir auch Drogenprävention weiter ausbauen. Cannabis ist genauso eine Droge wie Alkohol beispielsweise auch und Nikotin ebenfalls. Und deswegen ist eben ein konsequenter Jugendschutz sinnvoll. Wir möchten beispielsweise auch nicht, dass für Cannabis Werbung gemacht werden darf. Das ist auch eine konkrete Forderung von uns. Wir sehen da sehr wohl die Risiken, aber gleichzeitig sagen wir auch ganz klar, in einem freiheitlichen Staat, warum wird erwachsenen Menschen erlaubt, abends ein Feierabendbierchen zu trinken? Alkohol ist auch eine Droge. Hier in München haben wir mit dem Oktoberfest die größte offene Drogenszene der Welt. Aber wenn ein erwachsener Mensch sich abends einen Feierabends-Joint gönnen möchte, wird das kriminalisiert. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das nur lösen können, indem wir es mit dem Cannabiskontrollgesetz klar regeln. Warum reicht es nicht, dass Alkohol und Zigaretten erlaubt sind? Warum sollen noch mehr Drogensalon fähig gemacht werden? Die Überlegung mit dem Betäubungsmittelgesetz war ja damals, dass man damit das Cannabis verdrängt, dass dann sozusagen diese Droge nicht mehr im Umlauf ist. Die Realität zeigt eindeutig, der Cannabiskonsum ist nicht gesunken. Und darum, denke ich, ist es einfach zielführender, das auf eine gesetzliche Basis zu setzen, den Jugendschutz ernst zu nehmen, den Verbraucherschutz ernst zu nehmen. Und in anderen Ländern hat ja schon gezeigt, dass solche kontrollierten Freigaben und ein Verkauf nur an Erwachsenen den Schwarzmarkt austrocknet und die organisierte Kriminalität zurückdrängt. Und das fände ich auch für Deutschland sinnvoll. Sie sprechen andere Länder an. Beispiel ja immer wieder die Niederlande. Aber dort erleben wir gerade das Gegenteil. Holland ist es nicht gelungen. Die sind inzwischen im Griff der Drogenmafia. Warum sollte es besser bei uns laufen als dort? Als Innenpolitikerin setze ich mich schon seit Jahren dafür ein, dass wir unsere Polizei und die Sicherheitsbehörden gut ausstatten, dass sie bei der organisierten Kriminalität richtig hinschauen. Und ich glaube, dass das dann auch das To-Do ist, die organisierte Kriminalität, die es ja auch in Deutschland gibt, dem gar auszumachen. Und dazu brauchen wir gut ausgestattete Sicherheitsbehörden, die auch international eng zusammenarbeiten müssen. Und da, glaube ich, braucht man diesen Mehrklang. Ich glaube, in der heutigen Zeit können wir Herausforderungen nie immer nur mit einer Antwort beantworten, sondern wir müssen immer parallel gehen. Und da haben wir dann das Cannabiskontrollgesetz mit Jugend- und Verbraucherschutz auf der einen Seite, eine gut ausgestattete Polizei, die ja der organisierten Kriminalität an den Kragen geht. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Frau Schulze, das haben wir jetzt verstanden. Lassen Sie uns festhalten. Viele Experten warnen vor der Einstiegsdroge und den Folgen. Sie haben genauso wie die FDP bei der Bundestagswahl bei vielen jungen Wählern damit gepunktet, dass sie es legalisieren wollen. Klingt ja auch ziemlich lässig. Wie steht es um Ihr Verantwortungsgefühl? Können Sie wirklich alle Folgen abschätzen? Zwei Sätze. Es gibt bisher sogar vom Bundesverfassungsgericht 1994 die klares Urteil, dass gewisse Mengen bei Erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern in Ordnung ist. Und deswegen stehen wir Grüne weiter zu unserem Wort. Wir wollen den Verkauf von Cannabis in dezensierten Fachgeschäften nur an Erwachsene erlauben. Und jetzt schauen wir mal, was die Ampel-Koalitionsverhandlungen da beibringen. Herzlichen Dank an Katharina Schulze von den Grünen. Gerne. Und dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet. Aus Zeitgründen. Sehr prolongiert. Untertitelung des ZDF, 2020